Am Sonntag ist es wieder soweit. Wir begehen den Weltdiabetes-Tag. Der Weltdiabetes-Tag soll daran erinnern, dass es weltweit hunderte Millionen Menschen mit Diabetes gibt. Alleine in Deutschland sind es rund acht Millionen Menschen, die an Diabetes leiden. Die meisten haben Typ-2-Diabetes, den sogenannten Altersdiabetes. Jeden Tag kommen in Deutschland 1500 Neuerkrankte hinzu. Den Weltdiabetes-Tag gibt es schon seit 30 Jahren und genauso lang wird er von der Politik weiträumig ignoriert. Verständlicherweise hat die Politik im Moment andere Sorgen, hat Corona im Blick. Doch genau wie gegen Corona ließe sich auch gegen Diabetes Typ 2 eine ganze Menge tun, nämlich durch Vorbeugung, durch Prävention. Dazu gehört bessere Ernährung, mehr Bewegung, aber auch entschiedene Maßnahmen der Politik, zum Beispiel eine Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke, eine verbindliche Ampelkennzeichnung von Lebensmitteln, sodass Verbraucher erkennen können, wenn ein Lebensmittel ungesund ist. Es gehört dazu auch eine erheblich bessere Gesundheitsbildung in den Schulen. Am 14. November 2040 werden wir vermutlich wieder einen Weltdiabetes-Tag feiern. Und wenn die Politik bis dahin nicht aufwacht, dann wird es bis dahin alleine in Deutschland schätzungsweise rund 12 Millionen Menschen mit Diabetes geben. Darunter nebenbei bemerkt auch sehr viele Kinder mit Typ 2 Diabetes. Zum Weltdiabetes-Tag wünsche ich mir daher von der neuen Regierung vor allem eines. Bitte nehmen Sie endlich auch die Menschen mit Diabetes in den Blick. Bitte denken Sie an diese Menschen, die jeden Tag mit dieser Erkrankung leben müssen und auch mit ihren Folgen zurechtkommen müssen.